Hallo liebe Schülerinnen, ihr seid gemeint, du bist gemeint. Jetzt ist es also wieder soweit, wir haben Lockdown, Schule ist geschlossen, wir haben Unterricht zu Hause. Ich bin Lehrer und ich versuche alles, damit das Lernen in dieser Form gelingt. Ich hoffe ihr auch. Es geht nämlich am Schluss um euch, um euer Lernen. Ihr könnt jetzt in der Zeit zeigen, was ihr drauf habt, was ihr schon alles könnt, wie kreativ ihr seid und ihr könnt vor allem zeigen, wie selbstständig ihr schon arbeiten könnt. Wenn ihr in ein paar Jahren auf diese Zeit zurückschaut, was wollt ihr dann von euch sehen? Dass ihr neue, spannende Sachen erfahren oder entdeckt habt oder dass ihr auf der Couch saßt und gewartet habt, bis die Zeit vorüber geht. Ich finde, das Leben gibt so viel her. Man kann so viel erfahren, Neues entdecken, neue Wege gehen und auch neue Dinge begreifen. Man kann zum Beispiel Unterricht zu Hause in Partner- und Gruppenarbeit machen. Keiner muss alleine zu Hause sitzen. Man kann seinen Klassenkameraden anrufen, mit ihm in Kontakt treten und gemeinsam etwas bewerkstelligen. Auch im Internet gibt es viele Hilfen für euch, für euer Lernen. Ich bin Lehrer und versuche alles dafür, dass ihr das bestmöglich machen könnt. Viel Spaß, viel Erfolg, bleibt gesund und vor allem gebt aufeinander Acht.